Hallo und herzlich willkommen zurück bei Neo Remastered. Wir stehen hier in der Spinnennetzhöhle. Oh, die sehen aber schrecklich aus von da an. Spinnennetzhöhle. Ja, wir sind jetzt hier. Ja, ich springe jetzt mal hier runter. Hier ist scheinbar nur eine bisher. Hier. Gucken wir mal, was jetzt abgeht. In der Spinnennetzhöhle. Hey, hat die uns auch noch getroffen? Ich glaube sie wohl nicht. Haha. Ich streng dich in die Ecke und dann mache ich dich zum Spinnennetzhöhle. Was auch immer. Was man auch Spinnennetzhöhle macht. Oh, das ist ein Eintopf. Es ist, es ist eine Spinnennetzhöhle. Lederwand. Okay, Madame. Können wir uns unterhalten? Ja. Unterhalten habe ich Spaß. Nicht irgendwas Böses hier. So, jetzt zieht sie mich nicht mehr. Okay, wir haben mal wieder ein Elixier gefunden. Ich weiß nur nicht, welche Richtung das jetzt war. Ich weiß ja ganz genau, wo wir hin müssen. Dahin zum Beispiel. Aber natürlich möchte ich noch nicht ins Haus. Weil die gute Mannschaft der ganzen Spinnennetzhöhle ist, die ist ein bisschen aggro. Die hasst mich ein bisschen, glaube ich. Schade. Die hat die Falsche anvisiert. Ich habe den Falschen anvisiert. Naja, was soll's. Oh. Gott. Diese Spinnweben sind echt ungeil. So. So. Hier ein paar. Enkelkuhl, die auch immer angreifen. Wir haben ja eine gute Rüstung. Die können wir dann schön den, äh, können wir schön opfern. Damit wir etwas, äh, am Widerbekommen sind. Boah. Scheiße, ey. Die hab ich jetzt gar nicht, die hab ich jetzt gar nicht gesehen. Naja, wenigstens jetzt gut. Stimmt, da hängt doch auch noch eine. Ich glaube, hier hängen sogar mehr an der Decke. Ja, da hängt noch eine. Ich weiß noch, ich weiß noch, ich glaub dann, als ich hier hingelaufen bin, hab ich mir gar nicht aufgefallen, dass da so viele an der Decke hängen. Und die haben mich auch irgendwie nicht gesehen, aber dann beim Zurücklaufen ging's voll ab. Oh. Das haben wir jetzt erst mal. Ach, jetzt lauf ich schon wieder hier rein. So. Oh. Oh. Verdammt. Ich sehe dich. So, hier sind keine Spinnenweben mehr. Aber das heißt noch lange nicht, dass hier nix ist. Doch, das heißt es. Okay, mal gucken, wo wir jetzt hier rauskommen. Also auf jeden Fall auf der anderen Seite von dem, äh, was ist das? Oh, ja. Oh, keine Ahnung. Aber ich hab das vorhin nicht mehr gefunden. Sonst wären wir vor... Also, sonst wären wir in den letzten Folgen schon hier runtergegangen. Ach. Das war so versteckt. Ich hab's gar nicht für voll genommen. Haben wir jetzt hier eigentlich alle Blutgräber gemacht? Oh. 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 gut, das hat ja ganz gut geklappt jetzt haben wir hier unten noch den den Freckel so das haben wir rumgemacht, ok wir haben zwei Pfeile bekommen, das ist ganz gut hier war es bestimmt voll schön als es hier noch intakt war alles da ist nichts drin gehen wir mal direkt irgendwo hing doch hier ein, oder? die hat mich doch direkt angegriffen halt hier um die Ecke, ja ok gut, dann zerlade ich mir mal ihre Nester das machen wir natürlich gern Kammerjägermäßig, sind wir unten jetzt hier das hat ja eigentlich letzte Folge, äh, gemacht ähm was hab ich denn hochgelevelt? ich glaub Schutzgeist, oder? wir machen dann später mal Angriff das haben wir hier gebaut achso, das soll ein Verteidigungswahl sein das hört sich an wie wie ein kleines Mäh ich hab mich schon auf den Sack hier ein kleines Lämpchen hört sich das an und nicht für Raben was soll es Raben sein? ich geh mal davon aus so, Madame so ach, hier oben sind gar keine Eier mehr ok ok, wenn hier halt keine Eier mehr sind äh, ja, keine Eier mehr, ne Elixir ist auch sehr schön, ja Elixir können wir immer mal gebrauchen oh, wir sind langsam ein bisschen Geld, ein Minigeld gab's hier, also hier geht's ja wirklich nur um Minigeld habt ihr den Nio bespielt? ich spiele hier sowas wie Nio ja, nein das hat mich angedienst das stimmt hier wir laufen einfach ganz langsam die Eier kaputt hier sind noch keine drin oh Eisenbach okay gab's einen Eisenbach und hier meine Kabu-Dingsbumsat ok ein bisschen Geld und dann äh, machen wir hier mal unsere Aufladung und dann gehen wir mal marschieren wir mal zum Schloss zurück, würde ich sagen jetzt müsste ich wahrscheinlich bis 70.000 ungefähr müsste ich, äh, leveln bis 70.000 am Rita na na so prima, so kann man doch jetzt nicht weitergehen muss ich mich nochmal heilen gehen jetzt das war ja mal voll für den Arsch ok, wir sind wieder da wir sind wieder da so kommst du bitte her ich muss mir aufpassen, dass man irgendwann den ersten Schlag macht so haben wir jetzt hier die Eier kaputt warum kommen glaube ich die andere angelatscht ok, sie ist noch nicht da ok gehen wir mal weiter hier kommt sie schon ja da ist sie nichts ist nicht von dir angegriffen du spinnst mir so ok ok ein Elixier gibt's aber recht viel Elixier äh ich soll's nicht kümmern ich brauch das ja später eh äh so die hatten immer einen Eisenbarren in ihrem Hintern ok gut ich bin jetzt wie immer hier hingesprungen weil sie voll die nette Mama ist so kleine Scheißer oh haben wir schon alles kaputt gemacht ok ich glaube ja immer noch, dass es die Mutter selbst war die sie geopfert hat so machen wir hier mal diesen bisschen gespeichert so wir gehen nicht hier hoch ich glaube das war nicht so gut wir gehen wie immer unseren anderen E5 und kommen die Axt ey die sie einfach schon völlig stuf sein muss und ein Elixier sehr schön gut dann gehen wir mal los äh falsch gelaufen dann gehen wir mal los äh falsch gelaufen hier haben wir schon ein Nestes für ihn dann starten wir mal bald der Dame in ihrem Nestbesuch ab zu 2 2 1 2 Deine Scheißhühne. So, hier haben wir noch. Das ist auch schon geschraubt, okay. Mal gucken, wie viel Geld das jetzt bringt. Oh Gott. 100 oder waren es 10 sogar nur. Hallo. Hier eine neue Hüfte. Für diese Hüfte. Hier im Beschaulichen. Wo sind wir eigentlich? Region. Weiß ich nicht. Wir müssen das Vertrauen von unserer Mission. Erforsche die Geheimnisse von Yamashiro und gewinne Li Naomasas Vertrauen. Okay. Das ist übrigens Stufe 47. Und was sind wir für eine Stufe? 67. Nur mal so zum Vergleich. Gleich. Oh. Ist so doof. Das könnte sauge gehen. Wir können voll ins Auge gehen, das alles hier. Jetzt muss ich auch noch was essen wegen denen. Geh mal hier unten rein. Oh, hier fängt es sich an. Hängt hier sonst nirgendwo ein? Da muss ich schön sicher viel tun. Wo geht die denn da? Da. Okay. 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 Komm, ran auf Meter. Oh, Low Battery sagt mein Headset. Das ist zu geil. Ah. Oh nein, sie hat mich gekriegt. Oh Gott. Jetzt häng ich ja so lange schon in einer, äh, Spinne rum. Okay, gut. Alles klar. Alles klar, Herr Kommissar. Dann rennen wir hier mal wieder raus. Speichern mal schnell oben. War hier noch einer in dem Haus? Ich glaube nicht, oder? Ne, leider nicht. Oder gab es da auch irgendwo einen Speicherpunkt? Ich glaube nicht, oder? Es war hier der Einzige. Ach, wenigstens kann man ihn speichern. So. Beten wir schnell. Und was wir auch mal schnell tun können. Wir haben immer noch acht im Dingspunkt. Das ist ja gut. So, ich wollte falsch. Ich wollte mal gucken, was wir überhaupt hier gefunden haben. Das kann ich eigentlich alles mal in die... Das kann weg, der kann auch weg. Die Haken können auch weg. Fernkampf. Das kann auch weg. Okay, Hütchen. Ach, das können wir direkt eigentlich hier machen. Vielleicht kriegen wir schon ein neues Level zusammen. Ob wir da bringen. So. Ach, jetzt gehen wir hier zurück. Okay. 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 So, Bogenschützehut. Der wilde Stier, Kabuto, 74. Hier haben wir aber auch einen. Wurstung des Helden. Hm. Haben wir überhaupt die Rüstung des Helden hier irgendwo? Hauptmannsrüstung durch. Hier ist Rüstung des Helden. Kleiner Geisterstein. Ich glaube, das war ganz mal so gut, dass ich jetzt hier damit anfange, weil ich glaube, das reicht nicht bis 81.000. Oder es wird sehr knapp. Das kann natürlich auch sein. Hauptmannsrüstung, Kote. Die Rüstung des Helden. Der wilde Stier. Der Helden hat das Stier. Mal mal. Ich habe einfach so viel dabei. Elixier. Okay, bestätigen. Ja, ja. Ich weiß, dass es no Batterie ist. So. Ähm. Hier haben wir jetzt halt sehr viel. Das kann ich erstmal ausdünnen. 84 auch. Geisterstein. Keiner Geisterstein ist gut auch weg. Okay, jetzt fängt es an. Ähm. Hauptmannsrüstung. Rüstung des Helden. Der wilde Stier. Das weg. Hinterhaltsrüstung. Hauptmannsrüstung. Welches ist die Hauptmannsrüstung? Ist das unten die? Ja. Da kommt das weg. So. Wache kommt auch weg. Oro-Schütze kommt auch weg. Hauptmannsrüstung. Haben wir. Der wilde Stier. 99. Gut. Dann haben wir noch die Pfötchen. Vielleicht haben wir sie doch noch. So. Schützenhauptmann. Nee. Hauptmannsrüstung. Der wilde Stier. Oh. Nee. Warte mal. Okay. Jetzt können wir auch noch schnell machen. Bestätigen. Ich glaube. Wir können ein Level abmachen. Ja. 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 So. Wir machen jetzt einmal Stärke hier. Ja. Mach mal mal. Dann machen wir das nächste wieder. Äh. Äh. Oh mio. Das dauert aber ein bisschen, ehe wir das bekommen. Jutsu bereit machen? Nee, lass mal mal, lass mal mal. So, ich würde sagen, bevor wir uns auf den Weg zurück in das Schloss begeben, beende ich mal hier die Folge und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Wenn wir wieder am Schloss ankommen und dann gegen die Spinnendame kämpfen werden. Mit unseren beiden neuen Level. Vielen Dank, bis dann. Tschüss.